ja hallo und herzlich willkommen zu dieser ausgabe let's play world of tanks heute dem kv4 und das matchmaking ist ihm hold den meck deine mutter naja warum auch nicht denn er ist hier top tier 8er 7er 6er gefecht und da macht der kv4 dann auch spaß man sieht schon er hat hier auch zwei gun marks drauf also von dem her wird er schon wissen was er damit macht und er schreibt auch im chat das erste mal top tier nach zwölf gefechten also von dem er wieder sich das schon stark gefreut haben so was er jetzt schon mal macht und das ist sehr smart ich mache das teilweise nicht er fahrt hier ganz außen entlang richtung stadt weil wenn man zu weit hier unten entlang fahrt dann wird man gerne mal aufgedeckt und bekommt schon die ersten jetzt direkt aus der mitte ohne dass man großartig was dagegen tun kann also das ist sehr sehr sinnvoll sollte man auch so machen und immer auch daran denken dass du durchzuziehen auf den amx kommt in der mitte jetzt nicht wirklich drauf und hier der hbk der bekommt sofort mal eine platziert dachte sich auch dafür schnell noch durch und zack war es auch schon geschehen und der sthv ebenfalls auch der denkt sich erstmal ich hau hier mal ab aber der type 58 der besorgt ihm den rest und dann macht er weg das ist so kann man es auch machen aber die art die ist schon auf ihn aufmerksam geworden und hat ihn hier gleich mal mit 300 fuchzgeräte 222 sogar lustig schnappszahl begrüßung stelle gegeben vielleicht kommt jetzt hier auf die mitte drauf da hat er noch den stand der muster ganz schnell weg machen dass er da ein ehring kann aber man sieht er kommt nicht drauf so vielleicht jetzt unfassbar wenig silhouette da ganz 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 wenig vom turm aber naja man sieht schon da ist er halt nicht der perfekte sniper für diese distanz mit dem panzer und da was haben wir denn da wieder in schweden der hbk ist in der basis und der crumble ist da schon vom gegner auf dem weg in seine basis sehr interessant so jetzt bekommt aber hier der chrome will erst mal eine rein und da hat er jetzt natürlich richtig was am start vor sich wo er mal schön drauf bolzen kann und natürlich der kv4 als top tier der kriegt hier die abprallern ohne größere probleme so vielleicht ich wollte gerade sagen vielleicht den kill shot schon auf den strv aber klappt noch nicht naja wird schon gleich passieren denke nicht dass das noch lange auf sich warten lässt aber erst mal den t20 hier hat noch schön seitlich den turm und ja der klappt auch sehr sehr gut sehr schön jetzt hat er den strv mal weg damit kann er sich jetzt auf eine seite gut konzentrieren weil nicht dass er den turm über rüber dreht und dann der strv dann reinballert kann ja durchaus sein das problem hat er definitiv nun nicht mehr den t20 das problem hat auch nicht mehr denn der ist auch schon weg aber erst der zweite kill also von dem her da ist noch potenzial nach oben so der emil dem muss er natürlich schon nicht scheuen aber auf jeden fall einen blick darauf haben denn der ebel der macht guten schaden und mit einem guten durchschlag die steuerung reagiert nicht mehr und hätte repariert los geht's sehr schön jetzt da den tiger schon behakt und natürlich kriegt aber auch ein bisschen spotting damage beziehungsweise unterstützungsschaden wie man so schön sagt und jetzt den emil weg gemacht er hat hier überall so ein paar panzer darf also musst du echt aufpassen weil klar seitlich der panzer turm dann dementsprechend keinerlei probleme da durchzuschlagen so der tiger der wartet hier schon kettet ihn auch sofort aber die kette direkt wieder repariert und jetzt der tiger one and one hat er da echt seine probleme besonders wenn er da sich seitlich so präsentiert da ist natürlich dann gar kein problem den da weg zu machen kill nummer 4 zwei sind noch möglich einmal die arti da da ja fast noch ein kleines eine kleine revanche offen und der superpershing 13 zu 12 also von dem her eine knappe kiste eigentlich vom gefecht aber am ende des tages der hitpoint pool hier der type hat noch ein bisschen was so und jetzt da die arti die hier weg will vom type dementsprechend fahrt sie ihm hier ja sehr schön fahrt sie ihm hier einfach mal vor die linse macht seinen fünften kill und jetzt ist mit dem superpershing sogar noch der krieger möglich die 18 hitpoints die müsst ihr noch weg schnabulieren oben auf dem turm ja und auch der funktioniert sehr schöne runde viereinhalb tausend schaden 2665 geblockt und ich denke da sieht man dass der kv4 als top tier einfach nach wie vor ein geiles gerät ist und da dann auch durchaus zeigen kann was er kann ja ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal euer ecker ramba ja ich hoffe es hat euch gefallen 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 Untertitelung des ZDF, 2020